Hey Leute, hier ist eure Züttel mit Ai wieder am Start. Ich wollte heute mal euch über ein paar Events reden, die hier in GTA Online sind. Dazu komme ich jetzt sofort. Es gibt von 17. bis 23. Juli gibt es die Gästeliste noch zu illustrieren. Und dann gibt es noch Doppelgeld auf Verkaufsmissionen aus Logas, da beträgt das Verkauf auf, wie sagt man. In Hessen gibt es WPG auf Verkaufsmissionen, GTA Bonus auf Biker Verkaufsmissionen, dann gibt es 25% auf Vorräte für Bunkerunternehmen. Das heißt, ihr kriegt da auch 25 Rabatt, wenn ihr halt Bunkerforschung macht oder Vorräte, da gibt es auch Prozente gerade drauf. 25 Rabatt auf Kisten und Spezialfracht. Dann gibt es 50% Rabatt auf ausgewählte Immobilien. 50 Rabatt auf Jachten, Verbesserung und Modifizierung. 30 Rabatt auf die mobile Kommande, Zentrale und Restaurierung. 30 Rabatt auf Murre, Avenger, Restaurierung. 30 Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge. Wartet man gleich gerade. Holt euch eure Gästebelohnung ab. Ja, das war's eigentlich schon. Ich guck nochmal kurz. Ne, gar nicht wahr. Verkaufsmission? Ne, das war's wirklich schon. wenn es ist das alles und ich würde es mindestens ausnutzen werden und nicht so viel geld hat und wenn ihr noch fragen habt dazu ich habe auch drunter was auf was als prozente gibt das mache ich dann gleich sofort und wenn ihr dann noch irgendwelche fragen habt dazu zum erwähnen oder halt mit mir zocken wollt ich bin für jede fa eigentlich zugänglich solange man mich nicht nervt und will ich sagen wir fahren noch das können jetzt ende und dann will ich sagen das andere fahren haben wenn ihr das so wenn auch mit spielen wollt das war nicht geplant das war nicht geplant alle versuche sind drei ja heute ist nicht mittag wer die wird schon was war das denn das war mal überhaupt nichts so so Es wird nicht mein Tag kommen. Rennen. Daher würde ich sagen, mache ich erst mal hier einen Cut und man hört sich dann die Tage.